WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Ich glaube, in dem Gebäude ist noch mehr Sprengstoff! Beeindruckt, Kuppe! Vorsicht, Schräger! Noch ein Panzer! Schräger! 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 Tja zu schiffenان! Schräger! Sck 이렇게 in der Masse gekommen ist! Schräger! Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Ich glaube in dem Gebäude ist noch mehr Sprechstoff. Was sagt er? Ich glaube, sie helfen uns. Ach, der Räcker. Heck, alles okay? Ja, klar. Fortress, hier ist Tombstone 4. Wir kommen in einem zivilen Boot. Hier, Fortress. Okay, beeilung. Die alte Rostschüssel ist nicht gerade in Speedboat. Over. Hier ist Fortress. Steht ihr unter Beschuss, Tombstone? Ich wiederhole, Tombstone. Steht ihr unter Beschuss? Gebt mir einen Lagerwellen. Irish, was ist denn, was da gerade passiert? Auslehn, ihr Piesler. Keine Sorge. Der zerstört Elektronik. Keine Menschen. Wir müssen die Leute hier raus und in Sicherheit bringen. Fortress, hier ist Tombstone. Komm. Scheiße. Alles tot. Ich hab sie bei Gebote. Die ganzen Leute, die setzen auf den Präsentierteller. Folgt uns! Folgt uns, wir bringen euch in Sicherheit! Irish, was machst du denn? Wir können sie nicht einfach hier aus dem Park. Folgt uns, wir bringen uns seriös als Mercury! Ist du nicht ganz dicht, Irish? Bin völlig klar im Kopf. Folgt uns! Ihr müsst uns folgen, wir bringen euch in Sicherheit! Los! Fortress, hier ist Tombstone. Come and over. Fortress, hier ist Tombstone. Come and over. Come and over. Beheilen Sie sich, Doktor! Ich versuche es, Sir. Aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um meine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat. Wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant.